Ich werde häufig gefragt, welche verschiedenen Instrumente ich nutze, um am Aktienmarkt erfolgreich Geld anzulegen. Und tatsächlich sind es eine Reihe von Instrumenten, die in sich zusammenarbeiten, verzahnt sind, mehr oder weniger. Und dann kommt oft auch die Frage, aber gibt es vielleicht den einen, den du immer beobachtest oder den du als tägliche oder jährliche Basis für deine Arbeit hernimmst. Und den gibt es tatsächlich und den möchte ich mit euch teilen, weil ich aus meiner Sicht glaube, dass das ein sehr, sehr wichtiges Instrument für alle ist. Und wenn wir über den Aktienmarkt sprechen oder über Geldanlage, dann müssen wir insbesondere über den Preis von Geld nachdenken. Warum ist es so wichtig, über den Preis von Geld oder Kapital nachzudenken? Es ist deswegen so wichtig, weil der Preis des Geldes alles verändert. Das bedeutet also, geh mal weg vom Geld, geh mal weg vom Kapital und geh mal hin zu deinen ganz normalen Wochenendeinkäufen. Und du bist jetzt im Edeka, im Rewe, whatever und stehst vor der Kühltruhe. Und dort steht, dass Butter heute 30% mehr kostet, weil Kühe krank sind, keine Ahnung, und es weniger Milch gibt. Gut, dann bist du doch am Überlegen, soll ich jetzt tatsächlich die Butter kaufen? Denn vielleicht ist nächste oder übernächste Woche Butter wieder günstiger, die Kühe sind wieder gesund, was soll ich da jetzt tun? Und dann überlegst du auch noch weiter, mal schauen, ich habe ja sogar noch ein Stückchen Butter zu Hause, es ist jetzt nicht so 100% notwendig und vielleicht könnte ich auch auf Margarine umsteigen. Das sind doch die ganz normalen Gedanken, die hat doch jeder, ganz ehrlich. Und genauso ist es eben auch mit dem Kapital. Wenn Kapital auf einmal teuer wird, wird es weniger nachgefragt. Und der Preis für Kapital ist auch genannt Zins. Der Zins ist etwas, der nicht einfach so zu dir kommt, sondern er wird im Wesentlichen festgelegt von sehr, sehr einflussreichen Marktteilnehmern. Und das sind insbesondere die weltweiten Notenbanken. Eine davon ist zum Beispiel die Federal Reserve aus den USA oder aber auch die EZB in Frankfurt, die für ganz Europa die Preise für Kapital in Form von Zinsen festlegt. Und wenn wir jetzt nochmal an unser Beispiel mit der Milch gehen, dann ist es ja in die andere Richtung genauso. Das bedeutet, du bist wieder bei deinem Wochenende einkaufen und überlegst dir, soll ich jetzt diese Butter kaufen? Und du stehst vor der Kühltruhe und da steht auf einmal Sonderverkauf, Milch, Entschuldigung, Butter muss aus den Regalen, aus irgendwelchen Gründen, neue Verpackungen, keine Ahnung. Heute nimm zwei, bezahl eins. Irgendwie so, ja, 50% Discount. Sondern gehst du doch hin und sagst, wow, cool, Butter heute 50% günstiger. Ich habe zwar noch ein Stückchen Butter zu Hause, aber ey, ich weiß, das nutze ich eh. Wir brauchen in der Woche halt ein so ein Stückchen Butter, ein so ein Stein, wie auch immer. Und dann nimmst du doch zwei. Ganz ehrlich, du nimmst zwei Stück. Manche gehen sogar hin und nehmen vier. Wie auch immer, ja. Und das musst du bitte, dieses Beispiel, denn das heißt nichts anderes als eine sogenannte Preisfunktion. Die Preisfunktion zahlt auf alles ein, was uns umgibt. Ob wir heute ein Stück Blumenerde kaufen, ob wir heute dieses Sofa im Hintergrund kaufen, ob wir heute Geld anlegen oder ob wir auch, jetzt gehen wir noch weiter, die eine Wohnung mieten oder die andere Wohnung mieten. Auch da gibt es Preise dafür. Also alles wird mit Preisen determiniert, alles wird mit Preisen festgesetzt. Und was beeinflusst die Preise nachhaltig? Und dazu gibt es zwei große Schlagwörter, die du unbedingt wissen musst. Nämlich erstens ist es der sogenannte Zins, das sind ja die Kosten für Kapital und Inflation. Inflation ist ja die Entwertung von Kapital. Jetzt nehmen wir einfach mal an, du hast 100.000 Euro auf deinem Konto am 01.01. und schaust am Ende des Jahres nochmal drauf, dann hast du weiterhin 100.000 Euro auf dem Konto. Das Geld ist nicht weniger geworden. Problem ist aber, du wirst dir am Ende des Jahres weniger für die 100.000 Euro kaufen können, als noch zu Beginn. Und das ist die sogenannte Geldentwertung, das ist die sogenannte Inflation. Und die ist ehrlich gesagt auch ein Stück weit fies. Warum? Weil sie visuell nicht zu uns kommt. Du hast am Anfang 100.000 Euro und am Ende 100.000 Euro. Die Leute denken, 100.000 Euro, alles ist okay. Dass du damit aber weniger konsumieren kannst, investieren kannst, alles Mögliche, das siehst du ja nicht sofort. Und immer wenn etwas zeitlich versetzt ist, ist es für uns Menschen sehr, sehr schwer, das begreiflich zu machen. Wir verstehen das relativ schwer. Deswegen ist es auch dieses Phänomen der Inflation sehr schwer wahrzunehmen. Aber, und das glaube ich schon, dass die aktuelle Situation, wo Energiepreise nach oben steigen, wie verrückt, dass das einfach nachhaltig sich, dieses Thema Inflation, in unsere Geldbörse einbrennt. Einbrennt ist, glaube ich, das richtige Wort. Und deswegen möchte ich dir heute den sogenannten Big Mac Index vorstellen. Das ist aus meiner Sicht ein Index, den Investoren wenig nutzen, der aber erstens völlig kostenlos zugänglich ist und zweitens mehrere Vorteile mit sich hat. Nämlich erstens, oder lass mich kurz den Big Mac Index erklären. Und zwar ist es so, wenn wir darüber nachdenken, Preise für ein gewisses Wirtschaftsgut festzulegen, dann gibt es da Schwierigkeiten. Denn, jetzt nehmen wir einfach mal an, wir haben ein Stück Butter. Bleiben wir mal bitte bei unserer Butter. Wir haben in Deutschland die Butter, die kommt mit Milch aus den Alpen, aus dem Allgäu, whatever. Also egal, wo die jetzt auch immer herkommt. Bleiben wir mal bitte bei dem Beispiel. Die hat einen gewissen Fettegrad, also da ist ein gewisser Anteil an Fett dabei und die hat auch eine gewisse Konsistenz. Und das macht dieses Produkt aus. Wenn du jetzt aber beispielsweise in die Staaten gehst, in die USA, dann ist Butter da höchstwahrscheinlich als Produkt anders. Warum? Weil dort die Milch womöglich fetter ist, weil dort die Konsistenz ein Stück weit anders ist, und all das. Und deswegen, wenn wir heute ein Kilo Butter betrachten, haben wir hier keine durchgehend gleiche Qualität an Produkten. Und deswegen ist es auch so, so schwer, da dieselben Preise dafür festzulegen. Weil ein Kilo Butter ist in den USA was anderes als ein Kilo Butter in Deutschland zum Beispiel. Und wenn du noch weiterdenkst, ist es auch anders. Und ein Unternehmen hat es aber geschafft, dieses Problem zu lösen. Und es ist McDonald's. Warum ist es so? Weil McDonald's eine Maschine ist. Das bedeutet, wenn du dort heute einen Big Mac, das ist eines der bestverkauftesten oder das bestverkaufteste Produkt bei McDonald's, wenn du dort also einen Big Mac bestellst, dann hast du die Gewissheit, und du hast es mit Sicherheit schon getan, du hast es in verschiedenen Ländern der Welt schon mal bei McDonald's konsumiert, also höchstwahrscheinlich. Dann wirst du feststellen, dass der Big Mac in Deutschland genauso ist wie in den USA, genauso ist wie in Belgien, wie in Schweden, wie in Südafrika, wie in Australien, wie in China. Er ist überall gleich. Warum ist das so? Weil die Maschine, auch genannt McDonald's, das vorgibt. Es müssen zwei Burger Patties, 100 Gramm drauf und die müssen 0,5 Zentimeter dick sein. Keine Ahnung. Gleichzeitig zwei Scheiben Käse. Der Käse muss den Fettegrad aufweisen, die muss die Farbe haben. Bla, bla, bla. Dann 10 Gramm Zwiebeln, 20 Gramm Schnittsalat und whatever. Gurke. All das muss eben, und das muss immer gleich ausschauen. Der Big Mac muss immer gleich ausschauen. Was ist aber anders bei dem Big Mac in Australien, Belgien, USA? Der Preis. Ganz klar der Preis. Denn in verschiedenen Ländern herrscht ein gewisser Wohlstand oder ein gewisses Preisniveau und deswegen ist es in den USA beispielsweise oder höchstwahrscheinlich teurer als in Entwicklungsländern wie zum Beispiel Brasilien. Und deswegen hat ein Franchise-Mitarbeiter, der Firma McDonald's, sich hingesetzt und hat gesagt, okay, lass uns mal überlegen, wie die Preise sich für Big Mac in den verschiedenen Ländern verhalten. Und das ist gemacht worden. Ich habe hier mal eine Grafik für dich mitgebracht, die du auch auf visualcapitalist.com abrufen kannst. Ich werde das Ganze aber auch bei uns in dem Video mit integrieren. Und da siehst du, dass eben jetzt hier in diesem Beispiel im Mai 2004 der Big Mac in Norwegen am teuersten war. Du musstest dort jetzt in der Basiswährung Dollar für einen Big Mac 5,18 Dollar bezahlen. Hingegen musstest du in den Philippinen lediglich 1,23 Dollar zahlen, obwohl du dasselbe gut bestellt hast, obwohl du wirklich genau dasselbe, zwei Patties, 100 Gramm, das war also alles dasselbe. Kurzer Funfact dazwischen, also meine Frau ist Halbphilippinerin, deswegen waren wir schon auf den Philippinen, haben dort ein bisschen Familie besucht, war eine enorm interessante Zeit für mich, habe viel gelernt. Aber, was ich dir sagen wollte, weil wir kurz bei McDonald's sind, wir waren dort bei McDonald's, haben da natürlich auch unser ganz normales Menü bestellt. und der große Unterschied ist, auf den Philippinen kannst du oder das normale, die normale Beilage dort ist nicht Pommes, sondern Reis. Sau lustig. Und die haben dort diesen Klebereis, nenne ich das immer. Das heißt, der kommt genauso eingepackt wie die Pommes auch und den packst du dann aus und kannst da reinbeißen in diese Reiskugel, mehr oder weniger. Also super interessant. Big Mac ist aber übrigens genau dasselbe. Genau. Und nochmal kurz zurück zu unserem Big Mac Index. Warum ist der so wichtig? Denn hier werden auf Preisbasis die Güter harmonisiert. Ein blödes Wort. Aber das heißt einfach, die zeigen die absolute Kaufkraft der verschiedenen Volkswirtschaften der Welt dar. Wo ist es also am teuersten auf der Welt? Das war jetzt hier im Jahr 2004 hier zum Beispiel Norwegen. Danach kam die Schweiz, Dänemark, Schweden, Britannien und dann die Eurozone. Hingegen, wenn wir hier jetzt mal ein bisschen uns weiterentwickeln, ja, schauen wir uns mal das Jahr 2013 an. Ganz spannende Entwicklung. Da war, dass der Konten musstest du für den Big Mac am meisten bezahlen in Venezuela. Ist ein bisschen eine perfide Situation. Warum? Weil neun Dollar für einen Big Mac in Venezuela kann sich tatsächlich, ich behaupte mal, niemand bis keiner in Venezuela leisten. Also das ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber das ist ein sehr, sehr hoher Preis für ein Produkt in einem Land, das jetzt halt nicht als das entwickeltste Land der Welt gilt. Lass es mich so mal sagen. Liegt dort an den dortigen Situationen, die da in 2013 waren. Aber weiterhin war Norwegen, die Schweiz, Schweden, Brasilien im Übrigen auch sehr, sehr teuer, Kanada, Dänemark, Australien, Eurozone. Das sind die entwickeltsten Länder in der Welt. Übrigens USA kommt noch weit hinter der, nicht weit, aber kommt hinter der Eurozone. Bemerkenswert ist, dass zum Beispiel Hongkong hier jetzt in dieser Grafik gerade am Schluss gezeigt wird mit 2,19 Dollar. Das musst du mir überlegen. In Hongkong war in 2013 im Vergleich zu Venezuela der Preis für den Big Mac viermal günstiger. Also das ist für mich schon sehr, sehr interessant und gibt auch immer Aufschluss auf die jeweilige Situation im Land. Welche politischen Sondereinflüsse gibt es da gerade? Ist die Inflation dort gerade sehr, sehr hoch? Herrscht dort womöglich gerade Knappheit an Rindern? Das würde natürlich die Preise auch steigen lassen und, und, und. Also da kommen natürlich noch viele Sondersituationen hinzu. Aber wenn wir jetzt eben uns überlegen, was ist grundsätzlich der Preis für ein Gut, haben wir hier jetzt eben einen Standard gesetzt und das ist ein Big Mac, weil der überall auf der ganzen Welt gleich ist. Von Venezuela bis nach ganz rechts nach Japan sozusagen, von West nach Ost, von Nord nach Süd. Überall ist er gleich. und das ist der Grund, warum ich den relativ häufig tatsächlich betrachte. Ein weiterer Punkt ist aber auch, dass du hier, weil das eben sehr, sehr standardisiert ist, die Preisentwicklung betrachten kannst. Wo ist die Inflation am meisten? Und wenn du dir das hier jetzt eben mal anschaust, siehst du, dass sich von dem Jahr 2004 bis 2022 der Preis für ein Big Mac in der Schweiz um 40 Prozent, 43 Prozent vielmehr nach oben entwickelt hat. Ist viel, aber in den USA beispielsweise hat sich der Preis verdoppelt von 2,90 auf 5,81. In Venezuela von 1,48 auf 5,06 Dollar sind 240 Prozent Preissteigerung. In Dänemark hingegen ist der Preis fast gleich geblieben von 4,46 Dollar auf 4,82 Dollar. Und das ist eben der Grund, warum ich das so oft betrachte, denn hier siehst du haptisch, also du siehst den Big Mac, was hat er früher gekostet, was kostet er jetzt, das ist Inflation. Du kannst dir mit deinen, jetzt nehmen wir mal 100.000 Euro nochmal oder Dollar, ist völlig egal, du kannst dir in Dänemark noch von 2004 bis 2022 relativ gemessen das Gleiche kaufen. in den USA ist aber alles ums Doppelte teurer geworden in diesem Zeitraum. Alles ist jetzt eine sehr, sehr schwierige Aussage, weil es natürlich verschiedene Wirtschaftsgüter gibt, die sich verschieden entwickelt haben, aber das ist ein sehr, sehr guter Indikator, um ein Gefühl für die Preisstabilität in einer Volkswirtschaft zu bekommen und deswegen schaut euch das einfach mal an, speichert euch auch die Seite ab, völlig kostenlos, möchte euch das lediglich als kleinen Tipp mitgeben, immer auch im Hintergrund behalten, im Kopf behalten. Wenn wir über Investments sprechen, ist der entscheidende Grund immer der Preis, immer der Preis, der alles verändert und wir haben zu diesem Thema auch ein Training aufgebaut, dass du dir anschauen kannst, warum Preis und Wert verschiedene Themen sind und warum oder wie du von diesen Unterschieden von Preis und Wert massiv profitieren kannst. Der Link dazu, den findest du in der Beschreibung und wünsche dir dabei viel Spaß beim Anschauen, das ist völlig kostenlos. Ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao.